Hallo ihr Leid, Brust Neijor. Herzlich Willkommen in 2024. Ich hoffe, ihr seid gesund, ringgerutscht und ich wünsche euch viel Spaß mit mir und meinen Videos im Neijor. Ich habe keinen richtigen Silvester-Vlog gemacht, aber ich wollte wenigstens das Feierwerk filmen. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich Mommo Silber noch mal ein Feierwerk gekauft und habe acht Rakete hochsteig gelassen und auch so Fontäne. Und die Kinder haben auch Wunderkerze angezündet. Ja, es war schön, allerdings es hat geränt und die Rehntruppe hat sich auf die Linse von der Sony ZV-1 nicht gelassen und deswegen hat die Fokussierung nicht richtig geklappt. Aber es waren nicht die einzige Probleme, die ich an dem Moment hatte, aber zum Klick habe ich auch noch ein bisschen mit dem Handy gefilmt. Ja, es war schön, aber es war schön, dass die Linse von der Sony ZV-1 nicht gelassen hat. Ja, es war schön, dass die Linse von der Sony ZV-1 nicht gelassen hat. Ja, es war schön, dass die Linse von der Sony ZV-1 nicht gelassen hat. drin kommen. Die Kranke, die 2023 krank waren, die sind es auch jetzt noch. Ich habe diesmal zum ersten Mal seit zig Jahren, bestimmt seit 80 Jahren, seit mein Fahrer in den Saarland komm ist, habe ich glaube ich eher eine Rakete steil gelassen oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber dieses Jahr auf jeden Fall seit langer langer Zeit wurde eine Rakete steil gelassen. Acht Stück habe ich mir gekauft und so kleine Fontäne. Ich wünsche euch noch mal viel Klick und vor allem Gesundheit fürs neue Jahr. Zu dem Zeitpunkt hier, wo ich das Video schneide, ist mein Vater wieder aus dem Krankenhaus der Hemm. Der ist nämlich letztes Jahr vor Weihnachten reinkommen, heute schwere Operation. Er ist jetzt der Hemm, wie gesagt, ist aber noch schwach. Aber ich hoffe, dass nicht alles Bessere tut. Und vielleicht hört man es ja auch an meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet und bald steht mein erster Arbeitstag an.